so da bin ich live drauf auf dem kanal wenn mich nicht alles täuscht sollte das jetzt funktioniert haben und ihr seht und ihr hört mich zu ja ich würde fast sagen nacht schlafender uhrzeit ja also so spät war es ja noch nie aber es ging eben nicht anders und vielleicht kann der eine oder andere der sonst eben nicht so gut teilnehmen kann live heute mal live dabei sein und ein paar haben sie auf jeden fall geschafft wenn ich in den chat schaue da ist der matthias grünwald da und der james ist da und der zuckerfrei ist auch da und münchen meldet sich auch mit dem obi fritz ja und der james der meckert schon weil es schon weil ich leicht über der zeit bin ja also sorry james die wahlberlinerin ist da der reine der domi wunderbar das freut mich sehr da seid und ich hoffe es war für euch auch okay dass es mal ein bisschen später heute geworden ist ich musste jetzt auf die kinder noch ein bisschen aufpassen und jetzt ist alles gut also im aller schlimmsten falle müsste ich tatsächlich ganz spontan hier abbrechen aber es wird wohl nicht passieren also wir wollen mal nicht mit dem schlimmsten rechnen normalerweise sollte alles ruhig bleiben und wir können hier unseren chat durchziehen ja matthias ist all in in tesla das wollen wir doch nicht hoffen heute ist es jetzt zumindest auch wieder so dass ich jetzt mal ein bisschen auf die kurse sogar schaue ist normalerweise egal was so am tag passiert aber im moment ist es ja so wir haben da wieder so ein paar unruhe herde auf der welt und das ist dann so dass man dann auch mal am tag praktisch so so ein abbruch hier sieht das ist praktisch so ein tageschart der normalerweise jetzt im ganz normalen bereich gelaufen ist und dann kommen eben nachrichten von außen also wo man gar nicht jetzt mit der wirtschaft in verbindung bringt die aber dann eben dafür sorgen dass es daneben unsicherheit gibt und unsicherheit an den aktienmärkten ist immer schlecht da gehen viele raus dieser vielen kreativ index ist mittlerweile auch wieder im bereich von angst also schon lange nicht mehr im bereich von gier das heißt da normalisiert sich diese euphorie aber es sind dinge die eben ja auch viel schlimmer sind wie überhaupt aktien und börse die da im moment laufen also viele kriegerische auseinandersetzungen viel viel bedrohung auch wieder für unterschiedliche seiten und das ist alles nicht so schön aber da müssen wir einfach durch und eben abwarten was da alles jetzt in zukunft doch so passiert hat schon immer gegeben wird auch immer geben dass es eben unruhen gibt und das nicht alles so friedlich und geordnet ist wie man es gerne hätte ja was haben wir denn noch hier den frederick the great ist da und der timo hätte gestern zeit gehabt da bist doch heute auch da also hast du heute auch zeit das ist doch wunderbar und der winfried ist da hallo winfried ja ich habe ein paar themen dabei und wir können auch gerne auf zusätzliche themen eingehen habe jetzt gerade gesehen dass ich jetzt die folien gerade eben noch sortiert hatte und ja jetzt wissen falsch sortiert habe das wollte ich eigentlich erst viel später bringen lassen wir auch erst mal weg ich wollte nämlich da anfangen mit dem video von dem hartmut wals und an james noch mal ein herzliches danke er hat mich nämlich darauf hingewiesen in der telegram gruppe dies übrigens verlinkt im video unten könnt da gerne dazu kommen dass der hartmut wals da ein interview gegeben hat bei dem timo bauzus und das ist ja immer ein highlight ich meine ich habe schon drei gespräche mit ihm geführt aber hier ging es eben ging es eben ganz ging es eben ganz speziell um das thema inflation und inflation glaubt man ja auch also ich zumindest da hat man eigentlich alles schon so weit gehört aber tatsächlich war das in dafür für mich noch mal so ein weiterer weiterer augenöffner und für für vieles was man gar nicht so auf dem schirm hat und zwar die hedonische inflations berechnung war mir tatsächlich nicht so 100 prozent klar ja und was ich gesehen habe ist wenn man hedonische inflations berechnung googelt und das müsste bei euch genauso sein weil ich habe nämlich das ganze ausprobiert im im incognito modus ist er praktisch der treffer nummer zwei nach wikipedia das heißt so viel informationen zur hedonischen preis berechnung gibt es nicht so dass er tatsächlich auf platz 2 ist mit einem relativ alten artikel der ist von 2017 also schon fast sieben jahre alt und er was steckt dahinter letztendlich ist es eine eine andere inflations berechnung seit 2002 seit einführung des euros und das hier ist aus dem aus der seite von ihm entnommen bei dieser methode werden zwar zunächst die tatsächlichen preissteigerungen ermittelt bei gütern bei denen der technische fortschritt zu qualitätsverbesserungen oder leistungssteigerungen führt werden diese jedoch in ihrem wert geschätzt und von der preissteigerung wieder abgezogen und das natürlich in einem umfeld wo es ja auch immer wieder technische innovationen gibt wo alles irgendwie besser wird ja das beispiel auto wurde da auch gebracht das auto ist natürlich viel technischer geworden da gibt es viel mehr funktionen die man auch vielleicht gar nicht alles so braucht aber die wirken sich halt preisdämmend aus also die drücken den preis die drücken die preissteigerung die ja doch eigentlich für uns da ist weitere sache ist eben dass qualitätsminderung nicht berücksichtigt werden also qualitätssteigerungen werden berücksichtigt qualitätsminderung nicht ja und das heißt aber auch wieder ein schönes beispiel und das kann ich auch so bestätigen in meiner kindheit war es auch so da gab es jetzt vielleicht in dem gesamten zeitraum meiner kindheit vielleicht zwei oder maximal drei telefone und tatsächlich ist es so dass das dass dieser lebenszyklus eines telefons auch stark abgenommen hat also bis jedenfalls auch meine beobachtung dann war das thema shiftflation fand ich auch super spannend war auch für mich völlig neu wir machen immer mehr selbst der beispiel ist halt auch die selbstbedienungskasse ja die greifen ja auch um sich werden immer mehr wir checken selbst ein mit den koffern wir drucken uns die tickets aus also wir kriegen nichts mehr geschickt wir haben weniger service personal all das ist eine reduzierung der qualität im service oder wo auch immer ja und auch das ist ja eine preissteigerung wird nicht berücksichtigt und dann noch der letzte aha moment für mich war die daten ja wir zahlen so vieles mit daten auch hier youtube ist ja auch letztlich wir zahlen ja alle mit den daten ich meine wir nutzen das hier und bekommen ab und zu mal eine werbung vielleicht eingeblendet oder bezahlen halt youtube direkt aber all das sind ja auch dinge oder dienstleistungen services die wir ja auch mit den daten bezahlen wir wissen gar nicht wie viel wir da bezahlen das heißt eine unbekannte größe wie hoch dieser datensatz oder was da eben wert ist bei jedem einzelnen aber wird natürlich überhaupt gar nicht und irgendwo berücksichtigt so ja der refrus ist mittlerweile auch bei uns der domi schreibt für thomas haben wir doch immer zeit also dommi als ganz lieb von dir ich teste mal dann noch eine andere uhrzeit vielleicht ob er auch immer dabei ist vielleicht mal ganz früh morgens oder so der team schreibt er hätte keine zeit gehabt war in einem live stream konzert das ist doch fast so wie hier bei mir live stream konzert und domi bestätigt professor walz war wieder klasse ja er hat auch noch ein eigenes video bei sich auf dem kanal mit der mir dieser finanz coach frau habe ich nur teilweise gesehen habe ich ein bisschen weniger interessiert wie das thema inflation aber könnt ihr gerne auch mal noch euch anschauen und obi fritz schreibt bei smartphones funktioniert das erst das erst werden weniger der ganz teuren gekauft und mehr der mittelklasse schreibt da ja auf jeden fall sind das viele viele dinge die man bei der inflationsberechnung ja letztendlich da ein bisschen auch beschönigen kann ja dinge die man vielleicht da nicht ganz so deutlich machen muss wie es vielleicht sein müsste wenn es realistisch sein sollte und jeder hat auch einen eigenen warenkorb auch das ist klar dass das wusste ich natürlich vorher schon aber so diese besonderheiten der hedonischen preis preis steigerung hatte ich nicht auf dem schirm und die amerikaner messen wiederum anders wie wir also das ist alles nicht so eindeutig wie man vielleicht immer denkt im ersten moment ja dann habe ich jetzt noch gar nicht tiefer gehend mich mit dem thema beschäftigt werde es auch vielleicht gar nicht tun weil ich den eindruck habe dass er gar nicht so sehr interessiert dran seid ich will nur eins einfach mal so beobachten oder eine eine sache die ich beobachtet habe mal in den raum stellen was was ihr davon haltet also das phänomen mit mit time lässt da kann man eben auf irgendeine art und weise in einen sachwert in einen sehr exotischen sachwert investieren ja bei mir geht das problem schon los dass ich nicht so richtig erkenne auf welche art und weise ich es tatsächlich da investiere wie die kontrollen sind ob diese güter tatsächlich da sind ob die nicht keine ahnung mehr als einmal an die leute verkauft wird alles jetzt keine keine unterstellungen einfach nur fragen die ich mir stelle und die ich natürlich da vorher noch genauer wissen müsste bevor ich für mich ein eine bewertung vornehmen kann zu dieser art von anlage aber ich zeige euch mal was ich jetzt hier konkret mit den uhren meine wenn man jetzt bei timeless darauf klickt sieht man ja jetzt zum beispiel diese assets uhren es gibt ja noch ganz andere assets also sneaker und cards and games und ja autos man kann teile von autos kaufen auf die art und weise die frage ist wie diese preise hier immer kommen und auch wie diese steigerungen hier ermittelt werden dass das ist für mich erst mal noch ein großes fragezeichen wie kommen die auf die performance ist hier hier mal 50 prozent zuwachs an wert hier sieben prozent hier zehn prozent hier noch mal zehn also es geht alles nach oben 19 prozent hier nach oben es gibt auch das eine oder andere asset hier das eben nicht im preis gestiegen ist will ich fairerweise auch dazu sagen aber hier sieht man ja praktisch nur gestiegene werte 20 prozent 10 prozent 11 prozent also wenn jemand erfahrung auch mit dem anbieter hat kann er gerne auch mal was schreiben dazu auch gerne in die kommentare wenn das später sieht aber hier will ich jetzt mal nur auf dieses phänomen der uhren aufmerksam machen also sieht alles super toll aus da hätte ich doch bloß hier so paar uhren gekauft wie auch immer ich die gekauft hätte es ist irgendein vertrag liegt dem ganze zugrunde und da müsste man auch noch mal genauer hinschauen aber jetzt habe ich da zufälligerweise etwas gelesen in der welt am sonntag und da geht es eben um verschiedene uhren wie beispielsweise patek philipp ja die hier ja eben vom preis her eher gefallen ist dann haben wir hier die also ich spreche wahrscheinlich falsch aus also vielleicht ist jemand dabei ist jetzt richtig aussprechen könnte wascheron konstantin auch da klarer preisverfall anders hier bei dieser odema piqué aber die rolex preise sind ja auch hier gefallen zumindest jetzt in der jüngeren vergangenheit wenn man aber jetzt hier diesen chart sich ansieht der geht schon ein bisschen länger bis januar 2021 sieht man den peak für für die 60 wichtigsten luxusuhren marken in dollar und auch da sehen wir jetzt ja eher ein preisverfall ja also von diesem peak ging es ja doch recht heftig nach unten stellt euch das vor das wäre ein kurs einer aktie von 47 68 auf 29 40 kann man nicht von guten investment sprechen so und jetzt frage ich mich natürlich wie kommt es denn jetzt dass die uhren da alle im preis gestiegen sind und das ist auch nur eine frage eine offene frage die ich einfach mal so mir jetzt stelle die haben da offenbar ein super händchen immer die richtigen uhr ausgesucht oder es ist vielleicht ganz so transparent oder nicht ganz so relevant was die realität angeht eine frage die ich mir stelle weiß ich ob jemand im chat da schon was dazu geschrieben hat ja da ist schon einiges drin wo geht es denn hier los der reine schreibt kommen bei lochner heute war auch spannend kommen ja irgendwie ist es doch schon so dass man doch eigentlich alles schon gehört hat von ihm vielleicht aber auch was neues kann gut sein die team schreibt deswegen gebe ich auch nicht viel auf die monatlichen zahlen und domi schreibt ich finde das furchtbar also ich habe auf jeden fall viele fragen dazu und müsste mir da einfach das mal genauer anschauen und dann war so eine art test vielleicht mal machen wenn da genug interesse dran ist aber ich bin sicher da kann man einiges mal sich genauer anschauen an timo schreibt bei mir geht der alarm schon los weil viele finfluencer dafür werben ist mir jetzt noch nicht aufgefallen nur bei einem ist es mir mal aufgefallen aber das ist durchaus auch schon ein alarmzeichen dass man naja dann zahlen die halt hohe provision wahrscheinlich und dann auch da ist wieder die frage wer bezahlt das alles wo kommt die marge her und der obifritz interessiert es nicht kann gut sein und der martin schreibt geld kommen wirbt jetzt auch für rolex das ist wissen wir auch neu ist mir auch entgangen aber warum nicht und das haben wir denn noch alles höchst dubios schreibt der frederick time das macht halt erfolgreich glock picking anstatt stock picking schreibt der dumme ja genau wie gesagt wir machen auch andere pickings ja ist beispiel bei sneakern also ja auch noch was ich ja noch verrückter findet ok also das video mit dem komma scheint interessant gewesen zu sein schreibt auch der james ja ok super dann habt ihr da jetzt verstanden was ich gemeint habe mit dem thema und ich auch gar nicht weiter jetzt einige von euch langweilen damit thema anleihe will ich jetzt mal zwei erfahrungen der letzten tage mit euch da teilen und ich habe ja auch ein depot bei smart broker das habe ich auch schon hier da erwähnt und kenne auch die eine oder andere problematik die ihr habt mit smart broker plus und mir ist nur aufgefallen dass die jetzt hier so eine anleihe angeboten haben ich weiß ob das auch gesehen habt da habe ich direkt mal drauf geschaut sichere dir heute 6,75 prozent pro jahr ist erstmal jetzt weder gut noch schlecht sondern erstmal neutral ja die frage ist immer was bedeutet das konkret 6,75 prozent was ist das risiko das ich habe und da kann man eben ich will mal darauf aufmerksam machen was man da im prinzip sich anschauen muss da steht jetzt viel gutes was man eben ja alles mit der anleihe in verbindung bringen frühzeichner ermäßigung sonderbonus für zeichnungen ab 5000 euro und so weiter doppelter bonus am ende kommt immer hier da unten da kommt nämlich das entscheidende am besten aufs prospekt an prospekt ist wenn das da ist solltet ihr euch das mal zu gemüte führen und da seht ihr auch schon das ist immer ganz so ja so so leicht und mal nebenbei zu studieren das sind 84 seiten ich will jetzt gar nicht sagen dass man alle 84 seiten jetzt da genauestens lesen muss schaden wird es bestimmt nicht aber es reicht oft wenn er einfach mal anfängt mit gewissen kapiteln und beim inhaltsverzeichnis sehen wir ja schon natürlich müsste auch wissen wer ist der emittent ja wer gibt die anleihe raus wem gebt ihr das geld das schöne ist steht alles da das schlimme ist wenig gelesen ist so genau leider viele lassen sich von dem hier schon überzeugen weil das so alles so toll irgendwie aussieht und auch ja ist ja auch werblich gemacht aber hier ist das entscheidende ja schon einige auch gelesen und am ende muss man oft feststellen ja es steht eigentlich alles drin man hätte es doch irgendwie lesen müssen risikofaktoren jetzt hier seite 13 bis 21 steht ja genug drin das sollte man schon mal ein bisschen genauer lesen weil da ist vieles drin was euch dann vielleicht dann auch zu einer anderen meinung führt dass er sagt ja vielleicht doch lassen die 6,75 prozent doch nicht so toll dass das will ich eigentlich damit sagen ohne dass ich es die firma da in irgendeiner form kennen würde ja oder ob ich es da jetzt irgendwie sagen will macht es nicht oder so ich will nur sagen wenn er es macht dann guckt genau hin dass er euch dass die zinsen auch wirklich redlich verdient und am ende auch nicht sagen könnt ich habe es nicht gewusst weil damit jeder sagen stand aber da frederick the great schreibt invest flow genau der war es invest flow wirbt dafür also du meinst jetzt mit werben dafür timeless okay das kann gut sein vielleicht hat das genau geprüft für sich und hat dann am ende gedacht das passt schon und der martier schreibt kann man bei diesen rekordstellen meinst du wahrscheinlich noch guten gewissens in den markt investieren welchen markt meinst du denn jetzt und frederick kannst du auf die us-anleihen eingehen zehnjährige zehnjährige us-anleihen können wir uns gerne mal angucken aber jetzt moment doch nicht weil ich will noch so ein paar themen mit euch ansprechen thema anleihe auch das ist jetzt etwas was mich jetzt vor ein paar tagen erreicht hat also nicht dass jetzt hier uns das bier ausgegangen wäre zu hause sondern es geht um diese firma weiß aber die jetzt kennt also die karlsberg brauerei ist ja bei uns hier direkt also das sind mit dem auto wäre ich in zehn minuten an der brauerei die ist hier direkt bei uns vor der haustür und jeder kennt hier auch in der region die karlsberg brauerei und die diese karlsberg brauerei hat jetzt schon viele mehrere anleihen aufgelegt und an dem privatmarkt platziert und ich war sogar noch in der bank als die erste anleihe platziert worden ist und das war ein hype also jeder wollte diese anleihen die waren auch völlig überzeichnet und jetzt ist die frage bei der neuesten anleihe passiert das schon wieder in der zeitung wurde auch schon ordentlich werbung gemacht es wurde auch auf die riesigen hingewiesen aber eher so beiläufig ja also die karlsberg brauerei legt eine neue anleihe auf saarländerinnen und saarländer können geld bei dem hamburger traditionsunternehmen anlegen auch andere nicht nur die saarländer könnten das tun und wenn sie es tun auch da das gleiche prinzip wir schauen uns mal kurz die eckdaten an ja da muss man akzeptieren genau das sind wir die eckdaten lässig sind wir hier noch nicht geht es eher so ein bisschen um die karlsberg brauerei hier ist die neue anleihe läuft von 2024 bis 2029 und da kann ich echt sagen auch da sollte man nicht zu euphorisch sein also ein typisches phänomen wenn man wenn man so einen gewissen bezug hat zu einer firma und die auch vielleicht vor der haustür steht neigt man dazu diese risiken zu unterschätzen und irgendwie davon auszugehen ja die gab es halt schon immer ja und das bier schmeckt ja auch so gut und die wird es auch immer geben denkt man und ich wünsche es auch der karlsberg und ich gehe auch davon aus dass es so ist aber hier ist es auch wieder ganz besonders spannend das prospekt zu lesen dann wird man auch sehen dass da noch andere anleihen praktisch damit abgelöst werden müssen und dass es da auch rückgänge in verschiedenen zahlen gibt dass man das auch alles auf dem schirm haben sollte die preisspanne ist hier von sechs bis sieben prozent je nachdem wie stark die nachfrage jetzt ist und am ende sieht man auch hier ein wertpapier prospekt das ist unbedingt zu lesen ist und hier ist es dann eben auch da muss man auch nicht so weit plättern jetzt sieht man sie auch die risikofaktoren die gehen auf seite 21 dann los und ja da geht es dann eben tatsächlich ans eingemachte will einfach nur darauf hinweisen das sollte man gelesen haben das verdirbt vielleicht bisschen die laune bis in die euphorie aber sorgt dafür dass man mit klarem verstand am ende eine entscheidung trifft ja darum geht es ja die entscheidung so was läuft im chat der urpilz genau das urpilz kennt da der ein oder andere home bias sagt der james ja vielleicht sogar region was die region angeht dass man da gewisse bei es dann hat der auch mit emotionen dann verbunden ist was immer schlecht ist emotionen möglichst müssen wir sind nur menschen ja aber möglichst vielleicht ein bisschen ausschalten unternehmensanleihen immer schön streuen schreibt der reini auch da da recht bei unternehmensanleihen egal wie groß ein unternehmen ist auch bei vw weiß ich noch vor vw abgasskandal da war auch im gerede dass die vw eventuell das nicht überlebt und das war ein großer dax konzern und auch mit vielen anleihen am markt und der kurs ging ganz schön in die knie in der zeit man hat gemerkt ja so ganz ausgeschlossen ist es wohl jetzt nicht nur dass es passiert ist dann nichts passiert zum glück aber man kann es halt nie ausschließen das vollkommen richtig jetzt zeige ich euch mal noch ein video das können wir uns gemeinsam mal anschauen und zwar ist mir das irgendwie auf x ja ich sag es ist immer souveräner auf x ist mir das begegnet dieses video und ich fand es eigentlich recht erstaunlich was ich da gehört habe irgendwie kam da kein so großes echo hinterher es wurde auch gar nicht so viel darüber berichtet aber schauen wir noch mal rein es geht auf jeden fall da um die altersvorsorge und der christ christian lindner hält da eine rede und die können wir uns jetzt mal hier einfach mal ein gemeinsam anschauen das umlagefinanzierte rentensystem wird aber trotzdem nicht auf dauer woher liegt das stabil bleiben ist meine feste überzeugung ich geh davon aus dass im laufe dieses jahrhunderts die anderen beiden säulen der betrieblichen altersversorgung und der privaten altersversorgung wichtiger werden zur stabilisierung der umlagefinanzierten rente sind wir jetzt dabei kapital aufzubauen sogenanntes generationen kapital das heißt wir kaufen in ihrem namen wertpapiere als staat und mit den erträgen das fand ich ja von der formulierung ein bisschen unglücklicher er kauft in meinem namen irgendwelche wertpapiere ich bin ja nie gefragt worden was er da kaufen soll und aber ist schon klar es geht da um dieses generationen kapital wo man jetzt eben da ein gewisses depot aufbaut was ich ja immerhin ist es was in die richtige richtung gehe ich mal von aus dass das vernünftig gemacht wird aber es ist halt nichts individuelles ich habe da keinen anspruch drauf also keiner weiß genau was das für ihn konkret jetzt bedeutet deswegen war das jetzt noch nicht so dass ich jetzt sagt das war jetzt die ultimative lösung der wertpapiere wollen wir den rentenversicherungsbeitrag ab ende der 30er jahre reduzieren ist aber nicht für sie individuell eine altersversorgung die müssen sie privat machen das wird der nächste schritt in diesem jahr sein die private altersversorgung modernisieren und wir wollen ermöglichen dass gerade jüngere menschen die das sehr stark heute ohnehin schon tun auch in aktien sparen können soll also so etwas geben dass ich mal altersvorsorge depot nenne ja das altersvorsorge depot ist jetzt nichts neues es wurde schon letztes jahr oder war es ein letztes jahr im sommer von der fokusgruppe für altersvorsorge wurde das als eine lösung um diesen riechster endlich zu reformieren vorgeschlagen und es war auch die einzige lösung die mir jetzt sympathisch war auch anderen die fanden das alle gut und das bedeutet man behatten eigenes depot also wie man jetzt sowieso vielleicht schon hat und hat aber dieses depot letztlich so in einem mantel ja an einem staatlich geförderten mantel und kann das ist natürlich jetzt vielleicht noch mal die ultimative wunschvorstellung kann innerhalb dieses mantels eigentlich machen was man will ja und am ende ist aber so man wird steuerlich gefördert man hat die einzahlung die investitionen können abzugsfähig sein in der steuererklärung vielleicht gibt es sogar eine zulage wie beim riechster das war ja alles wunderbar und gut aber dann eben die umsetzung ja viel viel günstiger ohne irgendeinen dritt produktanbieter und die versicherungslobby dabei einfach nur im eigenen depot und da klar kann man das dann gut machen oder schlecht machen das ist dann wiederum sehr viel selbstverantwortung deswegen glaube ich vermute ich befürchte ich dass man da genug paar schranken einzieht und sagt ja aber es geht nicht alles da also ihr müsst da schon irgendwo in einem geschützten rahmen bleiben da wird jetzt so mancher vielleicht von uns sagen ja wir wollen aber hier nicht bevormundet werden auf der anderen seite es gibt aber auch leute bei denen ist es schon besser wenn man ein bisschen bevormundet von daher muss man da wahrscheinlich irgendwo kompromiss finden aber ich finde halt hier erwähnt er dass dieses altersvorsorge depot kommen soll und wohl dann auch kommen muss und das was jetzt aber hier noch ein problem sein könnte das ist das thema ja was ist denn mit den leuten die schon was haben so hier ist also noch mal aus dem artikel als neues element als neues element im instrumenten kassen kasten schlägt die fokusgruppe ein gesucht genanntes altersvorsorge depot vor also wie gesagt letztes jahr im sommer schon dieses wird von banken oder versicherungen als eine art hülle angeboten also besser von banken nicht von versicherungen vorsorgesparer können dann beispielsweise in fonds oder etfs investieren und erhalten dann wie bei der klassischen rieste rente auch eine staatliche förderung wenn sie das depot bis zum rentenalter halten und man könnte auch sagen was im depot drin ist bleibt dann eben auch steuerfrei grundsätzlich ist daher zukünftig auch ein förderfähiges privates altersvorsorge depot mit einer starken aktienorientierung ohne garantie vorgaben sinnvoll heißt es im bericht dieses würde sich vor allem an jüngere sprache richten was heißt jetzt wiederum jünger ich denke jeder der noch ein bisschen zeit hat und auch die die nicht weniger zeit haben die könnten ja einfach mit der geringeren aktienquote noch ein bisschen vermögen aufbauen steuerlich gefördert das ist immer noch okay und immer noch besser wie nichts so aber das problem ist und das kommt jetzt hier bei dem modell sollte sichergestellt werden dass das geförderte depot tatsächlich nur der altersvorsorge dient ja klar ein solches neues produkt können den wettbewerb unterschiedliche anbieter intensivieren und daher zu sinkenden kosten und höheren renditen beitragen versicherungslobby wird das nicht gefallen die neuen regeln könnten auch für bestehende verträge übernommen werden also bestehende risa verträge könnten wohlgemerkt könnten aber nur und jetzt kommt es wenn beide seiten zustimmen ansonsten ändere sich für bestandsverträge nichts sehr toll für bestandsverträge soll sie aber was ändern und wenn ich das richtig verstehe wird jemand nur mit seinem alten risa vertrag in den in das neue altersvorsorge depot wechseln können wenn beide seiten also ich will es vielleicht aber mein produktanbieter die xy versicherung will es aber nicht und dann habe ich dann so wie ich das hier lese ein problem und ich finde das sollte man definitiv dann auch anders regeln matthias schreibt hast du dir das renne will rendite video zu den etf auf esg umgestellt angesehen und falls ja was hältst du von solchen praktiken von wie von x trackers ne sag mal ehrlich gesagt nichts das video den etf einfach auf esg umgestellt das heißt da gab es einen bestehenden etf den hat man einfach dann umgelabelt und hat ihn dann grün gemacht das kann ich mir gut vorstellen dass das passiert der obi fritz schuldenfinanzierte finanzanlagen darf sich höchstens der staat leisten ja ja okay macht er ja auch das wird lindner mit rot grün niemals umsetzen können und wenn es wenn wird es über reguliert sagt der reini befürchtet der reini und ich kann auch diese sorgen nicht ganz weg wischen und kann auch gut verstehen dass er die hat und ich habe sie auch bisschen wir werden es mal beobachten was da am ende dann bei rauskommt die idee bis jetzt so wie sie klingt so vage wie sie formuliert ist klingt halt erst mal noch gut er hat so genannte finanzminister sollten besser nicht gefragt werden sagt der christoph wer wer macht denn die gesetze das sind halt die minister und die ministerien james bond sagt altersvorsorge wie in amerika der vr vr 401k plan oder so ähnlich wie das heißt genau das ist aber das was gemeint ist bei den amerikanern ist es glaube ich auch sehr offen und sehr frei wie sie es umsetzen und der eine macht es gut der andere macht es halt schlecht und domi schreibt besser wäre es den freibetrag einfach stark zu erhöhen ja ansonsten soll der staat die finger aus meinem tippo halten und steuerrecht immer wieder zu ändern er würde ja dann er könnte ja die finger da rauslassen ergibt er ja nur eine steuerliche hülle wie du das eben steuerlich begünstigt machen kannst also da ist ja nichts dagegen zu sagen dass er sich da ein mischt und daneben sagt du musst aber jetzt das und das machen ist ja noch gar nicht gesagt ich denke mir aber dann trotzdem es wird nicht so sein dass man jetzt im extremfall mit einer ahnung gehebelten bitcoin papieren da seine altersvorsorge aufbauen darf sondern damit dann ähnlich wie beim vl das wäre eigentlich eine gute lösung finde ich ähnlich wie beim vl wird eben dann geförderte fonds geben das wird dann eine gewisse auswahl an fonds geben die sind dann eben gefördert die sind möglich für so ein altersvorsorge depot und da könnte man eben schauen dass man dann eben die klassiker nimmt also da muss man ja nicht die exotischen themen etf dann nehmen also da gibt es wunderbare lösungen und mehr einfach zu händeln und auch ohne viel bürokratie wäre das möglich möglich wäre es machen wir es mal ab ja da kommt jemand zurück und ihr kennt ihn auch ganz genau das ist der matthias schmidt und wir haben uns ja gut verstanden im ersten live gespräch und haben auch relativ schnell den entschluss gefasst dass wir unser talk fortsetzen zunächst mal will ich ihn persönlich treffen auf der invest die es bald kommt und dann wäre am 6 mai könnt ihr schon mal aufschreiben am 6 mai um 19 uhr höchstwahrscheinlich 19 uhr also an der uhrzeit könnte sich noch etwas ändern am datum eigentlich nicht uhrzeit kann auch nur 19 oder 20 uhr noch sein das ist eigentlich so eine gute uhrzeit immer und da wollen wir noch mal live reden ja und wir wollen auch nicht einfach so jetzt mal drauf losreden sondern wir werden dann noch ein paar themen im vorfeld abstimmen lassen also ich vielleicht in der telegram gruppe deswegen kommt lieber mal in die telegram gruppe rein oder und oder hier auf youtube da gibt es ja auch diesen community tab da kann man auch umfragen machen dass man uns da vielleicht paar themen überlegen und die wenn man dann einfach mal zur abstimmung stellen weil der matthias ist da auch so tief immer drin in jedem thema dass es dann auch länger geht und da können wir nicht jetzt vier stunden lang reden das heißt wir müssen ein bisschen priorisieren welche themen wir da angehen in welcher reihenfolge und dann schauen wir mal was wir da alles besprochen bekommen weil ihr seid ja auch live dabei ihr könnt auch live fragen stellen und da können wir auch dann also je nachdem was euch da interessiert das noch etwas intensivieren so was er hört ist das bb vorne kann ich es ausschalten jetzt ist nämlich die verstärkung da so der patbi schreibt die älteren erinnern sich vielleicht es gab mal einen sparer freibetrag von rund 3000 euro beziehungsweise 6000 euro für ehegatten ja und es gab auch die spekulationsfrist ja vergessen wir die auch nicht die ja das langfristige sparen belohnt hat damals nach einem jahr war alles steuerfrei ja was war denn das für zeiten nach einem jahr war alles steuerfrei am aktienmarkt und das wäre ja natürlich auch noch eine lösung dazu sagen kommt macht was er wollt aber wenn er zehn jahre um fünf oder zehn jahre also wirklich eine längere zeit in einer anlageform drin geblieben seit durch alle höhen und tiefen ja und es gibt immer wieder höhen und tiefen wir erleben jetzt vielleicht gerade wieder so eine zeit bisschen unsichere zeit dann wieder eine ruhigere zeit man muss dadurch langfristig und das könnte man belohnen mit der spekulationsfrist auch das wäre eine einfache lösung liegt eigentlich auf der hand aber es kann durchaus sein dass das von gewissen politischen strömungen auch wieder dann verhindert wird dass sowas kommt ja obi fritz schreibt auch der privatanleger sollte steuerfrei genau in den jetzt gestarteten vorsorgefonds investieren können freiwillig ja gut aber der ist halt auch irgendwie dann eine eine lösung für alle ob das immer das richtige ist ein bisschen individueller könnte es ja schon sein ja matthias freut sich schon auf den also der matthias v hier freut sich auf den matthias s als gesprächspartner demnächst ich glaube auch also der matthias schmidt ist wirklich da ein sehr guter wunderbarer wertvoller gesprächspartner haben wir so viele themen auch mit ihm besprechen können und er ist da wirklich immer tief tief drin ja da will ich euch noch was anderes zeigen so und zwar das hier die invest noch mal zur erinnerung ist ja jetzt den monat also nur noch paar tage dauert ihn immer lang ich bin am start am 26 april und wenn er da auch am start seid meldet euch bei mir also könnt mir gerne schreiben ihr könnt auch mich anhauen wenn er mich dann dort seht ich werde auch ein bisschen filmen hier und da paar gespräche für mal schauen wer sich bei mir vor die kamera stellt und mir fragen beantwortet und da mache ich einen schönen film draus ich habe ja schon zwei oder zwei filme glaube ich zur invest gemacht bei mir auf dem kanal letztes jahr war ich auch dabei ein paar leute zu filmen und dieses jahr habe ich tatsächlich auch die möglichkeit in diesen backstage bereich zu gehen da gibt es so eine art pressebereich und ich habe angekündigt dass ich komme dass ich filmen werde und da wurde ich freundlicherweise auch in diesen bereich da eingeladen und kann dann auch dort vielleicht mit dem ein oder anderen gespräch führen und am 27 am samstag bin ich dann eben nicht mehr da das heißt muss am 26 muss ich da möglichst viele leute da eben auch treffen und sprechen jetzt habe ich noch eine mail bekommen von smart broker ja und da steht jetzt drin unser highlight wir bringen unsere eigene bühne mit also die smart broker plus bühne direkt am stand und mit exklusiven einfliegen von bekannten investoren und experten am freitag hier war ich auch überrascht um 11.30 ist der mark friedrich und der robert halver da zum thema krypto gekommen um zu bleiben klingt schon mal eigentlich interessant 13.30 mit knauf und jürgen schmidt zum thema die besten dividenden und trendaktien also ich kenne nur den mit knauf den jürgen schmidt kenne ich zwar auch aber ich habe da wirklich noch nicht viel von ihm gesehen und dann tatsächlich um 15 uhr der frank thelen also da ist doch einige dabei die man zumindest mal kennt vom namen her und ist aber jetzt nur die smart broker plus bühne also ihr könnt euch auf der seite von der von der invest auch noch informieren wer noch alles da ist und also auch sehr bekannte leute aus der youtube szene da der blog trainer ist zum beispiel da und dann ist auch der finanzvisier hat gehabt glaube ich zugesagt und ja der eine oder andere kennt er bestimmt von den ganzen leuten die da auch relativ hohe reichweite haben und die sind dann auch alle dann da und jetzt kommt eigentlich noch das highlight also es gibt da kostenlose tickets von smart broker plus ihr könnt einfach mit diesem gutschein code hdw 21 l 8 könnt ihr euch noch kostenlos jetzt nur ich dachte erst die gibt es nicht mehr so viele aber es gibt anscheinend doch noch einige restbestände mit gratis tickets und auch hier könnt ihr euch mit dank an smart broker plus natürlich auch noch gratis tickets sichern wenn der eine oder andere nur am überlegen ist und ja wegen des preises vielleicht noch zurückschreckt vielleicht ist jetzt der zeitpunkt wo er sagt ja komm dann gehe ich jetzt einfach mal hin es sind einige ich einige veranstaltungen zum beispiel vom g westor verlag wo ich mir halt auch sage ich meine ihr wisst vielleicht was ich meine wenn ich jetzt die westor verlag sage da ist ja nicht alles immer so ganz wie soll ich sagen seriös was da so gemacht wird deswegen ist auf der invest licht und schatten ja also da muss der müsste echt mit strengem kritischen blick drüber gehen und ja euch die perlen ja die perlen der anlegermesser dann eben raussuchen und das ist dann nicht immer so leicht vielleicht ja da schauen wir noch mal in den chat hinein der obi fritz warum gibt es eigentlich keinen stand von honorarberatern auf der messe ja weil die honorarberater nicht noch nicht so die richtige lobby haben also da muss ich jetzt vielleicht noch mal an den vdh denken an den die da rauch der ja da was aufgebaut hat und auch hoffentlich weiter aufbaut er könnte ja damals stand machen ja wo dann alle honorarberater sich über ihn da auch vielleicht dann versammeln können ja und auch vielleicht ein vorträge halten könnten also das ist invest 25 invest 26 vielleicht soweit dann war was noch mal ab plan wie läuft überhaupt das da das demokratik alpha meint der reini genau das ist eine gute frage ehrlich gesagt ich meine die letzte zeit lief es halt auch wahrscheinlich zu gut für diese art der anlage vermute ich jetzt ich habe es ich habe es tatsächlich mir irgendwo auch gespeichert also deren portfolio ich könnte das jederzeit aufrufen und könnte das jetzt mal vergleichen mit msci world oder all country world aber so ist es ja auch nicht gedacht sondern es ist ja schon über eine sehr lange zeit gedacht wo man eben dann auch diese diese schlechten phasen praktisch mit einberechnet und dann eben sagt ja inklusive dieser schlechten phasen wird so ein portfolio genauso gut abschneiden ja es ist die theorie aber mit weniger eben diesen abschwingen dann also die weniger starke abschwingen von daher wird jetzt das argument liegt auf der hand zu sagen ja jetzt ist noch zu früh aber ich kippe gut vorstellen dass es aktuell und jetzt im vergleich zum msci world nicht mit gehalten hat ja unter winfried hat das richtig erkannt dass ich da eben von einem comedy kanal auf youtube geredet habe ja also zumindest wenn man die comedy erkennt die da so abläuft auf dem bei dem anbieter muss man ein bisschen aufpassen ja ich habe da auch noch einen kleinen kleinen beitrag zu geleistet und werde doch mal fragen wenn ich dann auf der investment und an dem stand bin ob denn der top elite trader auch da ist ja vielleicht kann er mir ja ein interview gewähren das wäre auf jeden fall sehr lustig warten was doch mal ab und ja ich freue mich natürlich wenn ich einen von euch da treffe oder mehrere von euch da treffe und würde jetzt mal sagen es ist jetzt 20 vor 10 für mich rückt die nachtruhe näher ich bin also tatsächlich oft relativ früher schon im bett weil wir auch immer relativ früh aufstehen ja wir haben noch kleine kinder im haus und da ist nichts mit länger ausschlafen börse stabilisiert sich hier auch was heißt stabilisiert ist eher so wahrscheinlich so eine abwartende haltung also minus ein prozent im moment dann s&p 500 und ja kann man gucken auch der dax ist jetzt nach börslich im minus jetzt ist natürlich die frage wie geht das weltgeschehen die weltpolitik weiter jetzt ist alles was wirtschaftlich da passiert immer ganz so präsent und das andere nimmt da etwas mehr raum jetzt ein sowieso haben wir noch politische zeiten dieses jahr die wir hoffentlich gemeinsam durchleben werden ja wenn man an die us präsidentschaftswahlen denkt oder ja auch hier in deutschland die wahlen in ostdeutschland das wird noch für turbulenzen sorgen und tatsächlich ist das größere risiko in zukunft weniger das wirtschaftliche meiner meinung nach mehr das gesellschaftliche das was in der gesellschaft an sprengstoff da ist was zu turbulenzen führen kann also usa ist ein beispiel egal wie die wahl ausgeht das könnte in jedem falle turbulent werden und dann ist das was wirtschaftlich läuft gar nicht mal so extrem im vordergrund ja in diesem sinne wünsche ich euch auf jeden fall eine gute nacht ich habe mich sehr gefreut dass er auch um diese uhrzeit ein paar eingeschaltet haben und damit wir getalkt habe ja immerhin 30 über 30 leute hat man in der spitze hier live dabei ist immer wieder toll das zu sehen und freut mich sehr ohne euch wäre das ganze hier absolut uninteressant für mich und mit euch zusammen macht das riesig spaß und das wird auch so weitergehen was da noch alles passiert in zukunft keine ahnung bin ich völlig offen was formate angeht was inhalte angeht was gäste angeht aber der austausch mit euch ist unheimlich wichtig und der belebt auch das ganze für mich ja ich kann da ganz viel mitnehmen und ganz viele informationen von euch bekommen und will euch auch was zurückgeben und ich hoffe dass das auch für euch sonst wäre er ja nicht da passt das dann für euch ja auch auch mal einen kleineren ich sage mal jetzt finfluencer bezeichnet sich ja keiner eigentlich so wirklich gerne aber auch mal einen kleineren kanal zu unterstützen wie er das macht und das finde ich toll ja schönen abend noch an euch alle und gute restwoche wir sehen uns demnächst wieder egal wo telegramm kanal instagram bin ich youtube und auf x wenig und auf der invest demnächst macht's gut gute nacht und bis bald und bis bald